In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Dezimalzahlen dividieren kannst. Beim Dividieren von Dezimalzahlen unterscheiden wir insgesamt vier verschiedene Fälle. Der erste Fall ist, wenn der Divisor eine natürliche Zahl ist. Der Divisor ist die zweite Zahl bei einer Division. Der zweite Fall tritt dann ein, wenn der Dividend kleiner als der Divisor ist. Beim dritten Fall wird der Rest nie 0, das bedeutet, du könntest unendlich lange weiter dividieren. Und zu guter Letzt noch der vierte Fall. Beim vierten Fall ist nicht nur der Dividend eine Dezimalzahl, sondern zusätzlich auch noch der Divisor. Diese vier Fälle werden wir uns nun der Reihe nach ansehen. Wir starten mit dem ersten Fall. Der Divisor ist eine natürliche Zahl. Wir dividieren nun 45,37 geteilt durch 5. Zuerst einmal bestimmen wir den Stellenwert. 5 geht nicht in 4, aber 5 geht in 45. Das bedeutet, wir haben hier 1 als Stellenwert. 5 geht in 45 9 mal, 9 mal 5 ist 45 und 0 ist 45. Nächste Stelle 3 herab. Hier haben wir nun die sogenannte Kommalinie überschritten, da an dieser Stelle hier das Komma liegt. Überspringen wir diese Stelle, müssen wir nun auch in unserem Ergebnis das Komma setzen. Also 9 Komma. 5 geht in 3 0 mal. 0 mal 5 ist 0 und wie viel ist 3? 3 ist 3. Nächste Stelle 7 herab. 5 geht in 37 7 mal. 7 mal 5 sind 35 und 2 sind 37. Nächste Stelle 0 herab. 5 geht in 20 4 mal. 4 mal 5 ist 20 und 0 ist 20. Wir erhalten also 0 Rest. Beim ersten Fall ist es also wichtig, dass du genau beobachtest, an welcher Stelle das Komma beim Dividenden sitzt und sobald du diese Stelle überspringst, auch das Komma im Ergebnis setzt. Nun sehen wir uns den zweiten Fall an. Der Dividend ist kleiner als der Divisor. 3,68 geteilt durch 4. Auf den ersten Blick können wir schon erkennen, dass 4 sicher nie in 3,68 gehen wird. Das bedeutet, wenn der Dividend kleiner als der Divisor ist, ist unser Ergebnis kleiner als 1. Also 0 Komma. Wir bestimmen als erstes wieder unseren Stellenwert. Wir haben hier nur 3 vor dem Komma. Also haben wir eine Stelle hier. 4 geht in 3 0 mal. 0 mal 4 ist 0 und 3 ist 3. Wir überspringen wieder die gedachte Kommalinie, setzen also unser Komma und schreiben 6 herab. 4 geht in 36, 9 mal. 9 mal 4 sind 36 und 0 sind 36. Nächste Stelle 8 herab. 4 geht in 8. 2 mal. 2 mal 4 ist 8 und 0 Rest. Kommen wir nun zum dritten Fall. In diesem Fall wird der Rest nie 0. Diesen Fall kann man normalerweise nicht durch bloßes Ansehen der Rechnung identifizieren. Erst im Laufe der Rechnung bemerkt man, dass der Rest nie 0 werden wird. Wir haben also 34,58 geteilt durch 6. 6 geht nicht in 3, aber 6 geht in 34. Wir haben hier wieder Stellenwert 1. 6 geht in 34 5 mal. 5 mal 6 sind 30 und 4 sind 34. Wir überschreiten hier wieder die gedachte Kommalinie. Also setzen wir auch unser Komma und schreiben 5 herab. 6 geht in 45 7 mal. 7 mal 6 ist 42 und 3 sind 45. Nächste Stelle 8 herab. 6 geht in 38. 6 mal bleibt 2 Rest. Nächste Stelle 0 herab. 6 geht in 20. 3 mal. 3 mal 6 sind 18 und 2 sind 20. Nächste Stelle 0 herab. 6 geht in 20. Wieder 3 mal. 3 mal 6 sind 18 und 2 sind 20. Und wie du hier nun schon erkennen kannst, 2 Rest, 2 Rest, 2 Rest. Wiederhol sich immer. Das bedeutet, du könntest nun unendlich weiter dividieren und du erhältst aber nie 0 Rest. Daher wird bei dieser Art von Rechnungen meistens angegeben, auf wie viele Dezimalstellen du runden sollst. Ich möchte hier auf 2 Dezimalstellen runden. Ich erhalte also als gerundetes Ergebnis 5,76. Zu guter Letzt sehen wir uns noch den vierten Fall an und zwar der Divisor ist eine Dezimalzahl. Um diesen Fall lösen zu können, müssen wir zuerst den Divisor kommafrei machen. Das bedeutet, wir müssen das Komma verschieben. Um aus 2,6 26 zu machen, verschieben wir das Komma um eine Stelle nach rechts. Das bedeutet, wir multiplizieren den Divisor mit 10. Damit wir den Wert der Division nicht verändern, müssen wir das nun auch beim Dividenden machen. Wir verschieben also das Komma auch um eine Stelle, multiplizieren also auch den Dividenden mit 10 und somit können wir nun dividieren. Ich persönlich empfehle, sich die neuen Zahlen noch einmal aufzuschreiben. 322,4 geteilt durch 26 ist gleich. 26 geht in 32. Das bedeutet, wir haben hier 2 Punkte für den Stellenwert. 26 geht in 32 einmal, einmal 6 ist 6 und wie viel ist 12 und 6 ist 12. 1 mal 2 ist 2 und 1 sind 3 und 0 sind 3. Nächste Stelle, 2 herab. 26 geht in 62 zweimal, 2 mal 6 sind 12 und 0 sind 12, 2 mal 2 sind 4 und 1 sind 5 und 1 sind 6. Wir überschreiten hier nun wieder unsere gedachte Kommalinie, also setzen wir auch das Komma und nächste Stelle 4 herab. 26 geht in 104, 4 mal, 4 mal 6 sind 24 und 0 sind 24. 4 mal 2 sind 8 und 2 sind 10 und 0 sind 10. Null. Rest. Dieser Merktext fasst hier nun noch die wichtigsten Informationen zusammen. Den Merktext schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks. Und wir sehen uns dann in der nächsten Mathematik Stunde. 8. 11. 12. 13. 12. 12.